Stellt euch nicht hier offen hin, nicht dass die euch alle rausballern. Sportlimo fahrt zurück hinter dieses Baustellgebäude. Bin ich zu euch, springt, habt ihr noch einen Platz für euch? Ja, ja, Auto, Platz haben wir. Was? Ja, Platz haben wir. Wo denn? Also wo seid ihr? Äh, ganz Posten. Ja. Richtung Altira, aber eher springen. Ihr Scheiß-Troller! Geht doch hin da, Jens! Jetzt sind wir alles wieder weg. Jetzt wollen sie uns aber bestimmt, weil wir da rumgetreut haben. Oh, der hat gerade fast einen Kollegen überfallen. Sie trauen sich nicht. Sie trauen sich doch. Doch, sie trauen sich. Aber pass auf, dass da vorne keine Spikes sind. Soll ich nach rechts rumfahren, oder? Soll ich durchfahren? Wir fahren gerade, also ich kann dir gar nicht sagen, wo du hinschust. Wir machen 2-1-Risiko und fahren da einfach durch, da vorne, okay? Da rennt schon ein Kopf? Ja. Da liegt Spikes, da liegt Spikes, da liegt Spikes. Ja, 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 ja. Ergeben sie sich, ergeben sie sich. Widerstand ist zwecklos. Dann fahren wir noch ein Stückchen weiter. Uschikurve? Ja, würde ich sagen. Ihr könnt da vorne in die Kopfhütten, an denen ihr vorbeifahrt. Kann ich an die Uschikurve springen? Ja, kannste mal. Soll ich jetzt anhalten sollen. Bleibt dran. Wo? Ja. Dann. 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 Dann.